Deutschland spricht seit den 60er Jahren, seit Georg Picht den Bildungsnotstand ausgerufen hat, davon, dass das System durchlässigt werden soll. Und es ist ja nicht passiert. Der Anteil der Arbeiterkinder, die studieren, ist schwach und gering ausgeprägt wie eh und je. Die Zahl der Frauen ist zwar gestiegen, gleichzeitig ist bei Frauen und Männern aber die Studie in Abrufsquote gestiegen. Das heißt, die Selektion im Bildungssystem ist relativ hoch. Wenn Sie sich anschauen, die internationalen Studierenden, internationalen Absolventen, ganz viele bleiben nicht in Deutschland, sondern gehen in Länder, die einwanderungsfreundlicher sind. Das heißt, Sie haben in dem Sinn in Ihrer Studienzeit weder an der Hochschule noch in der Region die Willkommenskultur, die vielbeschworene erlebt. Und Sie haben natürlich innerhalb des differenzierten Schulsystems sehr viel mehr Abstiege als Aufstiege. Das ist ein eindeutiger Befund, den kennen wir. Wir wissen auch, dass zum Teil in Lehrerurteilen über Menschen noch zusätzliche Wahrnehmungsverzerrungen liegen, die zu Bildungsungerechtigkeit führen. Aber auch da ist die Erkenntnislücke eigentlich nicht mehr da, aber die Handlungslücke. Das deutsche Schulsystem ist nach wie vor kastenmäßig organisiert. Jetzt habe ich noch gar nicht gesprochen, in welchem Umfang akademische Bildung und berufliche Bildung voneinander getrennt ist. Das ist ja im Grunde wie zwei Welten, wie im Grunde früher Bourgeoisie und Proletariat. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass es kaum berufsbegleitend Studierende aus der Facharbeiter- oder Fachangestelltenschaft gibt. Das zeigt sich beispielsweise, dass es relativ wenige Modelle gibt, wo allgemeine Bildung und berufliche Bildung eng verzahnt ist. Fakt ist, und ich kann mich da eigentlich nur wiederholen, dass die Durchlässigkeit nicht da ist. Zweitens, dass es zum Teil gravierende Systemmechanismen gibt, die dieses System so aufrechterhalten. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenhersteller hat gerade erst eine Studie veröffentlicht zur Frage, wen machen Professoren in technischen Fakultäten eigentlich für Studienabbruch oder Studienerfolg verantwortlich? Und die überwiegende Mehrzahl der Professoren, also der Produzenten von Bildung, macht den Studierenden verantwortlich und nicht die eigene Lehre, nicht die eigene Beratung, nicht die eigene Art der Curriculumsgestaltung und vieles andere mehr. Das heißt, das System ist im Grunde wie eh und je. Und in den 60ern haben wir gesagt, unter den Talaren ist der Muff von tausend Jahren. Eigentlich kann man das heute immer noch so sagen. Denn die Veränderungsdynamik im Bildungssystem ist im Schneckentempo. Denn die Veränderungsdynamik im Bildungssystem ist im Bildungssystem.